Jetzt, live aus Köln, der Presse-Club mit Sonja Mikitsch. Und hallo da draußen. Ohne Ergebnis die jüngsten Beratungen der EU-Finanzminister zu Griechenland. Gescheitert die Verhandlungen um den EU-Haushalt. Herabgestuft. Frankreich verliert die Bestnote der Rating-Agentur Moody's und verschrien und verhasst Deutschlands eiserne Sparvorgaben. Unser Europa in diesen Tagen. Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück, dreimal auf der Stelle treten. Wir Bürger sind genervt, wir sind auch ratlos und ahnen doch, es geht auch um uns. Vielleicht in der Zukunft, aber es geht eben auch um uns, um unsere Sicherheit, unser Wohlergehen, um Lust an Fortschritt, Lust an Europa. Unser Presse-Club-Thema heute. Buhmann oder Bösewicht? Warum Deutschland in Europa so verschrien ist? Wir kommen also bei der gesunden Dosis Nachdenken. Und ich stelle die Gäste vor. Jorgos Papas, er ist Berlin-Korrespondent des größten griechischen Senders ERT. Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin der Tageszeitung Die Taz. Mark Beisel, Leiter des Wirtschaftsressorts der Süddeutschen Zeitung und die Publizistin Ursula Weidenfeld. Herr Papas, ich fange auch mit Ihnen an. Und ich fange mal etwas anders an. Ich habe gehört und gelesen, dass Ihr Gehalt um 30 Prozent gekürzt wurde aufgrund von Sparmaßnahmen, dass Ihr Sender, der immerhin der Größte ist, sich live schalten einfach so nicht mehr leisten kann oder zumindest die Bildleitungen, sondern meistens dann Telefonleitungen macht. Das heißt, die Krise ist bei Ihnen ganz persönlich im Beruf angekommen. Es geht ums Ganze. Sie berichten jeden Tag. Wie ist jetzt diese Verzögerung in Griechenland wahrgenommen worden, dass die nächste Milliarden-Tranche gar nicht kommt? Mit großer Sorge bei allen Griechen. Mit großer Sorge, dass jetzt auf einmal, wo wir, die Griechen, das gemacht haben, was von uns gefordert wurde, jetzt auf einmal dastehen, ohne, dass die Troika, ohne, dass die übrigen Spieler in diesem Spiel nicht das leisten, was sie versprochen haben. Und dass die Angst ist, dass wir trotz aller Opfer, die wir gebracht haben, da stehen im Regen ohne die Hilfe, die uns versprochen wurde. Und wen macht man für diese Misere verantwortlich? Diesmal die Troika, ganz klar. Aber ich glaube, diesmal haben die auch recht, die Leute oder diejenigen, die sagen, also die Troika ist schuld. Ich glaube, die Troika und die Hauptakteure mit Troika, auch Berlin mit drin, sich nicht gewartet haben, dass Griechenland das vollbringt, was von ihr gefordert wurde. Und nicht genug vorbereitet waren auf diesen Schritt, was Griechenland die griechische Regierung gemacht hat. Und auf einmal hat sie diese großen Probleme, die mit dem EWF hat, das hat sie bis jetzt versucht, unter den Teppich irgendwie zu kriegen. Aber auf einmal konnte sie nicht mehr, hatte sie diesen Vorwand nicht mehr. Und auf einmal stehen wir da... Und ist von der Realität überrollt worden. Genau, stehen wir da mit einer Kluft zwischen Berlin und Brüssel und New York. Frau Herrmann, die Schlüsselfrage ist ja, wie kommt Griechenland von diesem Schulden Everest herunter? Bis 2020 soll der Schuldenstand auf 120 Prozent des Bruttoinlandproduktes gesenkt werden. Momentan ist es bei 170. Können Sie das mal ein bisschen haptisch machen, was das bedeutet? Naja, das Problem ist also in Milliarden umgerechnet, dass Griechenland ungefähr 350 Milliarden Euro Schulden hat. Im Augenblick, nächstes Jahr werden es noch mehr werden, wenn das so weiterläuft. Und gleichzeitig ist die Wirtschaftsleistung dieses Landes nur 200 Milliarden. Da kann man schon sehen, dass Griechenland niemals in der Lage sein wird, seine Schulden zurückzuzahlen. Und gleichzeitig ist es so, dass die Rezession, also der Wirtschaftseinbruch ist noch viel schlimmer, als man dachte. Sodass also ständig neue Defizite auflaufen und die Schulden ständig steigen. Und jetzt passiert es eben, dass der Internationale Währungsfonds, der ja zur Troika gehört und einer der Geldgeber ist, einfach sagt, wir können nicht noch neue Kredite nach Griechenland geben, wenn wir nicht sicher sein können, dass Griechenland diese Kredite zurückzahlen kann. Das ist die Bedingung dafür, dass der IWF überhaupt einschreiten kann. Und man muss sich auch vorstellen, beim IWF sind ja auch solche Länder wie Brasilien, wie China, wie Kenia. Diese armen Länder fragen sich sowieso die ganze Zeit, wie kann das sein, dass der IWF nun ausgerechnet dem reichen Europa hilft. Und jetzt kommen die Kredite vielleicht nicht zurück. Das heißt, weil der IWF keine Kredite mehr geben kann, wenn Griechenland nicht zurückzahlen kann, muss man jetzt über einen Schuldenschnitt nachdenken. Und es wird zu einem Schuldenschnitt kommen. Die Frage ist nur noch, wie das Ding heißt. Also ich meine, kann man sagen, man streicht die Zinsen oder man prolongiert, also verlängert die Anleihen auf ewig oder man streicht gleich. Das ist aber nur noch technisch. Man wird wahrscheinlich, den Griechen würde ich mal schätzen, ungefähr, wenn sie jetzt 350 Milliarden haben, dann wird man irgendwie wahrscheinlich 150 Milliarden ungefähr erlassen müssen. Und jetzt ist natürlich die Frage, 150 Milliarden sind irgendwie weg. Also das ist jetzt mal so eine grobe Schätzung. Wer zahlt? Und das läuft natürlich auf die Steuerzahler in den Euro-Ländern raus. Wobei man sich das dann so vorstellen muss, dass die Staatsschuld in Deutschland steigt, damit die Staatsschuld in Griechenland sinkt. Das ist so ungefähr die platte Rechnung. Kommunizierende Röhrung. Genau. Herr Beise, Christian Lagarde drängt, drängt auch auf den Schuldenschnitt. Ist das der richtige Weg? Ja, unbedingt. Also jeder Ökonom sagt eigentlich schon ganz lange, dass es zu dem Schuldenschnitt kommen muss. Oder zu einem weiteren, das hat ja bereits eingegeben, aus den Gründen, die Frau Herrmann ja gerade geschildert hat. Es macht eben einfach keinen Sinn, wenn man von einem Land, wie in dem Fall Griechenland, verlangt, du musst wirklich sparen, du musst dich reformieren, dann helfen wir dir. Und da sind viele Dinge geschehen. Herr Professor hat das auch gesagt. Da ist jetzt wirklich was auf den Weg gekommen. Wenn dann aber die Verschuldung so hoch ist, dass allein durch die Zinsleistungen, die geleistet werden müssen, die Schulden immer weiter steigen, ist es völlig einsichtig, dass das nicht sein kann. Also muss es zu dem Schuldenschnitt kommen. Und je schneller es zu dem kommt, verbunden mit weiteren Maßnahmen, weiteren Gesprächen, weiteren Anforderungen an Griechenland, umso eher kann man versuchen, das so langsam, aber sicher in die richtige Richtung zu drehen. Denn das Schlimme ist, dass eben Staaten wie Deutschland aus innenpolitischen Gründen diesen Schuldenschnitt vermeiden wollen. In Deutschland vor allen Dingen vor der Bundestagswahl, weil man ja den Menschen versprochen hat, das kostet alles nichts. Und jetzt sieht man, dass es kosten wird und die müssen das einfach zugeben, und zwar Bundestagswahl hin oder her. Frau Weidenfeld, ist es ein Kommunikationsproblem der Kanzlerin? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist viel mehr als ein Kommunikationsproblem. Es ist, wie Herr Weise sagt, ein Problem der Wahl im kommenden Jahr. Und der Frage, kann man als Bundesregierung, die ihren Bürgern gerade versprochen hat, in die Hand versprochen hat, im übernächsten Jahr machen wir kein Defizit mehr, kann man diesen Bürgern das zumuten, dass man praktisch eine Woche später oder einen Monat später halt das Gegenteil akzeptieren muss? Das ist die eine Sache. Aber ich glaube, was viel tiefgreifender ist, und das ist etwas, was, glaube ich, noch viel wichtiger ist, als die Frage, was passiert jetzt in den nächsten Wochen und wie nennt man das Kind am Ende? Das ist die Erkenntnis und die Frage, dass man Zustimmung haben muss zu diesen Programmen. Und die muss man eben nicht nur in Griechenland haben und die muss man nicht nur in Portugal haben, bei den Ländern, die, oder in Zypern, bei den Ländern, die die größten Schwierigkeiten haben, sondern diese Zustimmung muss man auch in Europa organisieren. Die muss man, also im Norden Europas, bei den Geberländern. Und ich glaube, dass vor diesem Hintergrund, wenn man die Folie anguckt, dass man die Zustimmung braucht, und Deutschland braucht die Zustimmung in der Tat nächstes Jahr im September, dass man dann eben eine solche Situation, eine solche Lage auch nochmal anders bewerten kann. Es reicht eben nicht zu sagen, die Notwendigkeit eines Schuldenschnittes liegt auf der Hand, wir müssen das jetzt machen und je schneller, desto besser. Das stimmt auf der faktischen Ebene, das ist richtig. Auf der demokratischen Ebene, auf der Ebene der Zustimmungsfähigkeit von solchen Programmen in ganz Europa, glaube ich, stimmt es nicht. Und zum Thema Griechenland hat geliefert, Griechenland hat beschlossen, geliefert hat Griechenland bisher noch nicht. Sehen Sie das auch so? Also zumindest sind doch die Staatsschulden, die Staatsschulden um 18 Prozent gesenkt worden. Ja, aber man muss eben einfach sehen, dass... Das ist gewaltig viel. Das ist gewaltig viel und es hat enorme Zumutungen gegeben in Griechenland, das akzeptiert ja auch jeder, das ist ja auch so. Nur die Frage, wie zuverlässig ist Griechenland als Partner auf dem weiteren Weg, die ist offen. Und ich finde den Vorschlag von Finanzminister Schäuble, der tatsächlich doppelbödig ist, aber trotzdem auch nachvollziehbar zu sagen, wir wollen ja zahlen und wir werden das auch tun, aber wir wollen es eben tatsächlich auch sehen, was auf der anderen Seite dann tatsächlich passiert. Also was ist nicht nur beschlossen, sondern was wird auch tatsächlich umgesetzt. Herr Papas, Sie haben das Wort. Es gibt die Skepsis, wenn die nächsten Tranchen kommen, wenn die Hilfe kommt, dann wird das alles wieder so ein bisschen nachlässig. Ist das ein unverdientes Misstrauen? Es gibt ein Problem mit der Glaubwürdigkeit Griechenlands und ihrer politischen Elite und all das kennen wir schon. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, wo eigentlich die Kurve schon gekriegt haben mit dieser neuen Regierung. Denn man muss das Ganze auch aus einer anderen Perspektive sehen. Welche Alternativen hat man heute in Griechenland als Eurozone, als Troika zum Beispiel? Was will ich mit Griechenland machen? Wenn ich entschieden habe, Griechenland im Euro zu behalten, dann brauche ich eine Regierung in Griechenland, die proeuropäisch ist. Wenn ich eine antieuropäische Regierung kriege, dann kann ich das nicht schaffen. Wenn ich Griechenland im Euro behalten will, dann heißt es, ich muss einen Schuldenschnitt machen. Egal wie ich das nenne, direkten oder indirekten, mit Maßnahmenbündeln oder einmalig. Ja, aber Sie benennen ja gerade schon das Problematische, dieser Schuldenschnitt und Griechenland hat ein doch relativ hohes Erpressungspotenzial für die Europäische Union. Ich will das jetzt gar nicht so scharf formulieren, wie es klingt. Aber dass im Moment die Frage ist, wer sitzt eigentlich im Fahrersitz? Die Geberländer oder die Nehmerländer? Weil sie eben dieses Potenzial hinter sich haben und diese ganz große Befürchtung, der Euro könnte auseinanderbrechen. Die ist schon offen. Und ich glaube, dass das, was wir im Moment tun, ist eben tatsächlich, sich da so ein bisschen durchzulavieren in der Tat. Aber am Ende eben zu gucken, dass eben schon nicht nur die Nehmerländer jetzt am Steuer sitzen. Das hat sich ja in den letzten anderthalb Jahren dramatisch umgekehrt. Griechenland hat einen Schuldenschnitt bekommen. Griechenland hat ein Hilfspaket bekommen. Und Griechenland steht als Symbol ja auch in Europa für dieses ganze Desaster. Und da muss man eben, glaube ich, schon sehr aufpassen von beiden Seiten, wie man damit umgeht. Und wie man dazu kommt und eine Situation herstellt und eine Lage herstellt, in der die Geberländer nicht das Gefühl haben, sie sind eigentlich jetzt nur noch die Opfer der Geschichte. Und die Griechen oder die Nehmerländer nicht das Gefühl haben, sie werden fernab aller demokratischen Strukturen halt fremdgesteuert von Menschen, die noch nicht mal, die kein Mandat in Griechenland haben. Sie haben von Drohpotenzial gesprochen. Aber diese Karte, um ehrlich zu sein, diese Karte wurde von der jetzigen Regierung in Griechenland nicht gespielt. Es gibt genügend politische Kräfte in Griechenland, die das fordern. Aber diese Regierung spielt diese Karte nicht. Erstens. Zweitens. Man muss wirklich auch sehen, was auch an Reformen geleistet worden sind. Sie haben gesagt, okay, es sind nicht viele davon umgesetzt worden. Das stimmt ja auch. Man kann nicht von einem Tag zu dem anderen tiefgreifende Reformen ein ganzes Rentensystem durchführen. Also Deutschland hat die Rente mit 27 bis zum Jahr 20... 67. Von der Rente mit 27 streuen wir noch. Ja, ja, genau. Bis 2030 hinausgezögert und ausgelegt. Man kann nicht von Griechenland erwarten. Das ist schon gesehen in Griechenland. Viel früher kommen wir auf diese Rente mit 67. Also man muss wirklich sagen, also auch nennen, was da geschehen ist. Ich verstehe die Skepsis. Ich glaube, das diskutieren ja auch alle. Ich verstehe die Skepsis, die es gibt. Aber ich glaube, wir werden auch dazu vielleicht in der Diskussion auch darüber sprechen. Wir werden in eine Glaubwürdigkeitskrise Deutschlands kommen, wenn wir so weitermachen mit Problemen, die gelöst müssen jetzt und wenn wir dieses Problem hinausgezögeln. Herr Beise, Sie haben das Wort, aber knüpfen Sie doch bitte da an. Frau Weidenfeld spricht von Erpressungspotenzial, in Anführungsstrichen. Sie sagen, Sie sprechen von Glaubwürdigkeit. Unsere Kanzlerin hatte lange, nicht nur unsere Kanzlerin, also viele in der Regierung hatten im Grunde genommen stark oder weniger stark signalisiert, wenn die Griechen es nicht schaffen, müssen sie eben raus. Auf einmal im Sommer, Griechenland muss im Euro bleiben und unser Wort, das ist ja auch eine Glaubwürdigkeitsfrage. Müssen wir dieses Wort glauben? Und ist das eben dieses Drohpotenzial, dieses Erpressungspotenzial, wovon Sie sprechen? Ich glaube nicht, dass Griechenland Erpressungspotenzial hat. Also ich würde da in dem Disput eher bei ausnahmsweise, mal obwohl ich Frau Weidenfeld in Ihrer Argumente normalerweise sehr schätze, aber hier wirklich mehr bei Herrn Papas sein. Ich glaube, Griechenland steht wirklich mit dem Rücken zur Wand. Und die Frage, wie die weitere Entwicklung von Griechenland ist, hängt in keiner Art und Weise von Griechenland ab, sondern von dem Verhalten der Geberländer. Wenn wir wann auch immer den Stecker ziehen und sagen, es gibt kein Geld mehr, dann muss Griechenland die Eurozone verlassen und da kann Griechenland selbst überhaupt nichts beeinflussen. Ich glaube, die Diskussion ist insofern nicht ganz sozusagen richtig aufgesetzt, weil wenn wir das so diskutieren, wie das Frau Weidenfeld gerade gemacht hat, dann erwecken wir den Eindruck, als habe man Griechenland einmal eine tolle Hilfe gegeben und dann hätten die was draus machen müssen und die machen einfach nichts draus und deswegen sollen sie doch bitte kein Geld mehr bekommen. Und das stand hinter den Argumenten im Sommer von Herrn Rösler auch, der sagte, also dann muss es eben ohne Griechenland gehen. In Wirklichkeit war es doch so, dass schon dieser erste Schuldenschnitt viel zu klein war. Es war damals schon klar, dass das nie funktionieren kann, konnte man ausrechnen mit den Statistiken, dass egal wie sehr Griechenland sich bemüht, die Schulden weiter steigen werden, einfach aufgrund der sozusagen der Mathematik. So, und man hat es aber so gemacht und hat es mit Vordern verknüpft, weil man gesagt hat, wir müssen Druck ausüben, was ich persönlich für richtig fand. Man kann ja auch der Meinung sein, das war der falsche Weg. Ich fand den für richtig. Aber jetzt bewegt es sich was und jetzt muss man, glaube ich, die zweite Hälfte dieses ersten Schuldenschnittes nachholen und muss eben wirklich so viel Schulden wegnehmen, dass das Land eben auf diesem Weg weitermachen kann. Sonst hat es gar keine Chance. Und das ist auch richtig so, weil die Menschen, die Griechenland Geld geliehen haben und Griechenland ist jetzt praktisch pleite, das wäre in der privaten Wirtschaft auch so, die müssen einfach einsehen, dass sie Geld verlieren. Das betrifft die Banken und das betrifft die Staaten. Frau Herrmann, Schuldenschnitt scheint ja hier am Tisch, wenn auch unter unterschiedlichen Vorzeichen, d'accord zu sein. Wann wird Frau Merkel damit herauskommen? Vor den Wahlen? Also erst Wahlen gewinnen und dann Europa retten? Nein, also die Bundestagswahlen sind ja erst im Herbst 2013 und das ist als Horizont viel zu lang. Also wenn sie Glück hat und selbst da wäre ich skeptisch, kann sie das noch rauszögern bis zu den Niedersachsenwahlen, die ja im Winter, also jetzt Januar oder Februar 2013 stattfinden. Das geht vielleicht noch, aber spätestens da muss eigentlich eine Entscheidung fallen und ich glaube, sie wird sogar noch früher fallen. Denn das Problem ist ja, der IWF richtet sich nicht nach den Wahlkampfzeiten in Deutschland und die brauchen jetzt sofort eigentlich eine Zusicherung dafür, dass es einen Schuldenschnitt geben wird. Sonst kommen schon die Tranchen, die jetzt fällig werden, gar nicht erst zur Auszahlung und es handelt sich um 44 Milliarden, die Griechenland dringend braucht. Und dafür sollte man vielleicht nochmal sagen, wie das funktioniert. Das gesamte Geld, das jetzt an Griechenland geht, geht ja nicht an die griechische Bevölkerung, sondern wird das gesamte Geld, das die Troika jetzt in die Hand nimmt, wird ja nur dafür benutzt, alte Schulden zurückzuzahlen. Es ist nicht so, dass jetzt die Griechen da plötzlich damit irgendwelche Konjunkturprogramme starten könnten. Und dann ist ja immer eine Frage für Deutsche, ja, dann müssen wir für die Griechen zahlen. Aber der Witz ist ja, bisher hat Deutschland eigentlich von der Euro-Krise nur profitiert. Das sollte man vielleicht auch nochmal so deutlich sagen. Dadurch, dass wir praktisch gar keine Zinsen mehr zahlen müssen für unsere Staatsschulden, hat Deutschland, das hat die Allianz mal ausgerechnet, schon 67 Milliarden plus gemacht. Allein an Zinsersparnis. Also bis wir dieses Plus von 67 Milliarden sozusagen in der Euro-Krise wieder untergebracht haben, um Griechenland und vielleicht auch Portugal zu helfen, wird noch viel Zeit ins Land gehen. Also anders gesagt, wir konnten uns diesen Schuldenschnitt für Griechenland leisten und haben immer noch einen Plus. Allerdings harte Arbeite für 67 Milliarden. Ja, durch massive Reformen, Agenda 2010, große Einschnitte im eigenen Land, die ja erst zu dieser Wettbewerbsfähigkeit geführt haben, die sich jetzt in der Krise auszeichnet. Naja, wie auch immer, das sind jetzt nur die Zinsgewinne für den Bundeshaushalt. Ich will jetzt gar nicht die Agenda 2010 diskutieren. Allein diese Zinsgewinne haben jedenfalls schon dafür gesorgt, dass Finanzminister Schäuble praktisch nur Plus verbucht in seinem Haushalt. Das muss man schon auch sagen und das Gerechtigkeit halber, weil es ja nicht nur um Griechenland geht, sagen, dass Länder wie Portugal und Irland, die in einer ähnlichen Situation waren, keinen Schuldenschnitt bekommen haben, auch dramatisch gespart haben und sich dramatisch eingeschränkt haben, wenn man in Portugal das sieht oder wenn man in Irland das sieht. Das sind Einschnitte ähnlicher Dimensionen und trotzdem sind beide Länder auf einem wesentlich besseren Weg. Und ich meine, darum geht es ja am Ende. Wie bringt man Griechenland auch wieder auf einen Weg, dass es in absehbarer Zeit aus sich selbst heraus funktionieren kann und sich auch selber ernähren kann. Und da muss man eben einfach sehen, dass andere Länder wie Portugal und Irland da wesentlich erfolgreicher waren und eben auch wesentlich entschlossener und mutiger. Und ich glaube, dass das eben nicht nur dazu beiträgt, dass man im Land ein anderes Gefühl hat für das, was passiert bei allen Härten, die das mit sich bringt, sondern dass eben auch Investoren bereit sind, wieder in diese Länder zu gehen. In Portugal wird wieder investiert und in Griechenland nicht. Ich danke Ihnen für die Ausweitung, weil das tun wir jetzt auch an dieser Stelle. Wir machen einen kleinen Schnitt mit dem Schuldenschnitt und sagen, er kommt. Wir wissen nur nicht, wie und unter welchen Begleitumständen, aber ob er kommt, das ist keine Frage mehr. Und ich möchte Sie jetzt noch mal für die zweite Runde als ersten befragen. Sie hatten bis jetzt einen großen Fürsprecher, die Grande Nation Frankreich. Und gerade der Sozialist François Hollande trat ja auch als Kritiker des deutschen Sparwesens auf. Und nun wird aber über unseren Nachbarn selbst als Krisenpatient gemunkelt, siehe Moody's. Wird das als Griechenland als schwerer Schlag wahrgenommen? Ja, doch. Denn Griechenland, egal von welchem politischen Spektrum, hat man viel auf diesen Sieg von Holland investiert, politisch, sage ich mal. Man hat doch erwartet, dass mit dem Sieg Hollands ein Gegenpol zu diesen starken Positionen Deutschlands und Merkels, mit dieser strikten Sparpolitik in Europa sich gebildet wird und so. Aber man merkt im Nachhinein, dass Frankreich zu sehr von der wirtschaftlichen Stärke Deutschlands abhängig ist und nicht das machen kann, der neue sozialistische Ministerpräsident, was er vor den Wahlen versprochen hat. Und das ist wirklich für diejenigen in Griechenland, die also darauf gehofft haben, mit Hollande werden wir jetzt einen großen Vorsprecher haben, die glauben immer noch daran. Aber jetzt ist ja so die Lage, dass man sich eher auf den IWF freut als bei irgendeinem europäischen Politiker. Frau Herrmann, ist Frankreich der neue kranke Mann Europas? Also man darf jetzt auch nicht diese Bewertung von Moody's überbewerten. Also ich meine, Frankreich hatte das Spitzenrating. Klar, die Märkte haben auch nicht groß. Ja, ja, und keiner hat sich wirklich aufgeregt. Also es hat das Spitzenrating, jetzt hat es eine Nummer unter dem Spitzenrating. Das ist etwas übrigens, was auch Deutschland noch passieren kann. Moody's hat ja auch den Ausblick für Deutschland auf negativ gesetzt, schon im Februar oder so. Das heißt, auch Deutschland kann sich in der Situation wiederfinden, dass es sein Spitzenranking verliert. Und was allerdings tatsächlich ein Problem ist, ist natürlich, dass Deutschland oder dass Frankreich im Vergleich zu Deutschland tatsächlich an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat. Und deswegen haben wir jetzt alle die Idee, es müsste seine Löhne irgendwie senken. Aber die Frage ist natürlich, ob das wirklich das Problem Frankreichs ist, dass es an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat, oder ob nicht der eigentliche Täter Deutschland ist. Ja, ja, genau, Herr Beise, jetzt können Sie gleich loslegen. Aber bevor Herr Beise loslegt, möchte ich das zumindest noch erklären. Wenn man sieht, dass die Wettbewerbsfähigkeit zwischen zwei Ländern auseinander geht, dann ist ja die Frage, warum? Und meine Sicht der Dinge ist eben, dass es so ist, dass das Problem eigentlich war, dass Deutschland permanent Lohndumping betrieben hat. Also die Reallöhne in Deutschland sind zu uns 2000 bis 2009 gefallen, um 4,5 Prozent. Während in Frankreich die Löhne gestiegen sind. Und Frankreich hat eigentlich, wenn es um die Lohnpolitik ging, alles richtig gemacht. Die Löhne sind genauso stark gestiegen wie die Inflation. Während es in Deutschland eben anders war. So, jetzt ist das Problem, dass die Wettbewerbsfähigkeit in diesen zehn Jahren, wo Deutschland die Reallöhne immer hat sinken lassen, ist die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Deutschland in Frankreich um ungefähr 20 Prozent niedriger. So, jetzt müssen diese Franzosen also eine Lücke von 20 Prozent ungefähr schließen, was fast nicht möglich ist. So, und das ist eine wirkliche Gefahr. Denn wenn Frankreich am Ende, das ist noch nicht jetzt der Fall, aber vielleicht in drei oder fünf Jahren, wenn das so weitergeht, ist dann auch Frankreich gezwungen, den Euro zu verlassen, einen Fonds einzuführen, wieder abzuwerten, damit sie wieder gegen Deutschland wettbewerbsfähig sind. Also durch dieses Lohndumping in Deutschland hat, nee, ganz im Ernst, wird Frankreich aus dem Euro gedrängt. Und das ist natürlich fatal für Deutschland, denn ohne Frankreich kann es den Euro vergessen. Angenommen, es kommt nicht ganz so schlimm, sondern es ist nur so, dass Frankreich eben versucht, die Löhne zu drücken und so eine Agenda 2010 wie in Deutschland einzuführen. Dann wäre natürlich auf jeden Fall die Folge, dass die Wirtschaft in Frankreich sehr stark in eine Krise gerät. Also es wird auch dort zu einer Rezession kommen, genauso wie Italien schon eine Rezession ist. Und das wäre für Deutschland fatal, denn Deutschland exportiert am allermeisten nach Frankreich. Das ist das wichtigste Land für seine Ausfuhren. Wir können uns das gar nicht leisten, dass Frankreich in die Krise kommt. Frau Herrmann, meine Nachbarn schnappen nach Luft. Ja, genau, das tun Sie immer, wenn ich das sage. Nein, nein, überhaupt nicht. Die erste Runde war so schön harmonisch. Aber ich habe jetzt das Hermannsche Gesetz gelernt. Das lautet, es muss immer so sein, dass die Löhne so viel erhöht werden, wie die Inflation wächst. Das ist natürlich und die Produktivität. Das kann vielleicht in guten Zeiten so sein, aber das kann ja kein Naturgesetz sein, sondern die Löhne können immer nur so viel steigen, vielleicht müssen sie sogar sinken. Wie ist die eigene Wettbewerbsfähigkeit und das, was man auf den Weltmärkten erreichen will, zulässt? Herr Papas hat 30 Prozent Lohneinbüßen, der kann auch nichts sagen. Hier ist aber ein Gesetz, ich brauche 20 Prozent plus. Es gibt halt der Markt sozusagen in Griechenland im Moment nicht her. Und so ist das auch in Frankreich. Die Situation Frankreichs ist nicht deswegen schlecht, weil Deutschland sozusagen da piratenhaft dieses Land übernommen hat. Frankreich hat, und das wird ja im eigenen Land jetzt auch von ganz vielen Leuten bis hin in die Regierung anerkannt, einfach in den letzten zehn Jahren sich nicht auf die Globalisierung, auf die Veränderung der Welt, auf die neuen Wettbewerber und so weiter eingestellt. Es hat in der Tat zu Löhnen, aber es hat auch eine zu höhere Staatsquote. Es gibt das Geld des Staates falsch aus. Die Leute arbeiten zwar länger, als es offiziell heißt, aber sie laufen immer noch mit diesem Schild 35-Stunden-Woche rum, was Kreditgeber an den Märkten verschreckt. Es gibt eine zu hohe Jugendarbeitslosigkeit, die mit Mindestlöhnen zusammenhängt und so weiter. Es gibt keinen Mittelstand, keinen vernünftigen. Das ist übrigens ein Hauptunterschied zu Deutschland. Es ist nicht so, dass der deutsche Mittelstand den Französischen kaputt gemacht hätte, sondern der deutsche Mittelstand hat eben sich umstrukturiert in schwierigen Jahren und hat sich sozusagen die Weltmärkte wieder erobert. Die Franzosen haben das nicht gemacht. Es wäre genug Platz für französische Produkte in der Welt, aber sie müssten sie eben zu anderen Bedingungen anbieten. Das sind schon ganz allein Frankreichs Probleme. Da ist über viele Jahre übrigens erstaunlicherweise unter einer konservativen Regierung viel verschlafen worden und Hollande muss das jetzt ausbaden. Und es ist genauso gekommen, wie jeder Experte vorhergesagt hat, wenn er im Amt ist, wenn er die Zahlen sieht, wird auch Herr Hollande begreifen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen und dass wir nicht im Schlaraffenland leben. Also muss sich Frankreich umstellen. Und wenn es das tut übrigens, letzter Satz, dann wird es auch nicht ein Problem für den Euro werden und dann wird auch Frankreich nicht sozusagen den griechischen Weg gehen. Frankreich hat so viel Kraft, es kann sich ändern, aber es muss damit dringend anfangen. Und das sind ja wohl auch die Aussagen der neuen französischen Regierung, dass sie da jetzt was tun wollen. Wir sollten auch zum Politischen kommen. Es gab ja die vielbeschworene und auch glücklich agierende Achse Frankreich-Deutschland, die ist so ein bisschen jetzt angeknabbert, obwohl Herr Moskowici und auch Herr Schäuble gesagt haben, wir arbeiten voll vertraulich zusammen. Da gibt es aber dann auch Vorschläge hinter den Kulissen. Hey, ihr Franzosen, ihr müsstet das mal so machen, Agenda 2010. Ist das förderlich? Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das deutsch-französische Verhältnis sehr, sehr stabil ist. Und Angela Merkel hat auch mit Sarkozy am Anfang sehr gefremdelt. Also ich glaube, dass man eben schon sehen muss, es gibt da natürlich Anlaufschwierigkeiten und es gibt eben einfach auch Probleme. Und das gibt es für jeden Wahlkämpfer, aber es gibt es eben auch besonders für französische Wahlkämpfer, sich mit der Realität anzufreunden nach der Wahl. Und ich glaube, dass die Erkenntnis, dass kein Land auf die Dauer über seine Verhältnisse leben kann, das ist das, was wir alle aus der Euro-Krise gelernt haben und was wir alle aus der Euro-Krise lernen müssen, das gilt auch für Frankreich. Das ist jetzt alles sehr diplomatisch. Wenn Sie aber französische Zeitungen lesen, dann werden Sie auch diese Ressentiments spüren gegen den Klassenbesten. Ja, das ist so. Ich glaube, dass wir im Moment eine doppelte Sündenbock-Situation haben. Für die Deutschen sind die Griechen die Sündenböcke und für die Finnen und für die Österreicher auch. Und für die anderen sind die Deutschen die Sündenböcke. Das hat ja eine sehr entlastende Funktion. Also wenn Herr Hollande sagen kann, nicht ich verbreche mein Wahlversprechen, nicht ich bin derjenige, der jetzt diese schrecklichen Reformen sich ausgedacht hat, sondern das ist die böse Tante aus Berlin, dann hat es für ihn innenpolitisch einen entlastenden Effekt, genauso wie in Deutschland oder in Finnland oder in Österreich darüber diskutiert wird, dass nicht wir diejenigen sind, die in Zukunft die Staatsverschuldung im eigenen Land verursachen, sondern dass das die Griechen sind. Dass das brandgefährlich ist, ist natürlich auch klar. Man muss eben einfach sehen, es gibt innenpolitisch dafür immer Gründe, die eben tatsächlich auch so ritualartig Menschen und Bürger entlasten, außenpolitisch. Und für den Zusammenhalt Europas ist es natürlich mehr als kontraproduktiv. Ich würde gerne einen Satz ergänzen. Also ich sehe das genauso. Ich hatte neulich die Gelegenheit, eine Rede des französischen Premiers Ero zu hören. Der hat als erstes gesagt, wir haben es nicht nötig, uns von Deutschland Ratschläge geben zu lassen. Wir sind eine tolle Nation und wir können alles selbst. Und den ganzen Rest seiner Rede hat er darüber gesprochen, wie Frankreich sich reformieren muss, eben anders als der Hermannsche Weg ist. Das hätte genau so von, keine Ahnung, von deutschen Wirtschaftsweisen oder von der Bundeskanzlerin gesagt werden können. Das ist dieses Doppelspiel. Natürlich müssen Sie sagen, wir lassen uns von Deutschland nichts sagen, aber Sie haben längst begriffen, dass der deutsche Weg der richtige ist. Also ich würde ja gerne noch mal was zum Hermannschen Weg sagen, wenn ich das machen kann. Nein, nein, wir bewegen uns jetzt wirklich. Wir haben jetzt das Stichwort geliefert bekommen, jetzt bleiben wir auch dabei, nämlich Sündenbock. Herr Papas, die Griechen verfolgen die zum Teil öden Pressekonferenzen der deutschen Bundesregierung. Nein, nein, nein. Kennen einen Herrn Söder, ja, also sind wirklich jetzt bewandert in der deutschen Innenpolitik. Wobei Herr Söder wirklich Unterhaltungswert hat, das muss man schon sagen. Okay, gut. Aber alles, was an Sparmaßnahmen eigentlich von ganz Europa verlangt wird, assoziieren Sie mit Berlin und nicht mit Brüssel. Warum? Ich glaube zu Recht. Also auch wenn die Diskussion, die wir kurz vorher gehabt haben, man hört, dann stellt fest, dass hier geht es um ein bestimmtes Modell. Und dieses Modell bestimmt Deutschland. Und es gibt ja diejenigen, die ein anderes Modell haben. Zum Beispiel die Kaufkraft in Deutschland zu erhöhen. Und diese Vorschläge und diese Vorstellungen gibt es genügend in anderen Ländern außerhalb Deutschlands. Nur, Deutschland ist momentan sehr stark in Europa. Und das durchzusetzen, was sie für richtig hält. Aber diese Stärke, die sie hat, natürlich produziert Ängste bei den Partnern, bei den übrigen Partnern. Und wir sind ja in Europa. Und in Europa, die Geschichte ist sehr lebendig, auch wenn manche das vergessen. Und das sollten sie aber nicht tun. Und die Geschichte wird immer bleiben. Es ist keine Rechtfertigung, für das, was man versäumt hat oder sonst was. Aber wenn zum Beispiel, rede ich über Griechenland und Herrn Söder, wenn der Herr Söder herkommt und sagt, an Griechenland möchten wir ein Beispiel etablieren, dann denkt jeder Grieche an Beispiele, die Deutsche während der Besatzung Griechenlands im Zweiten Weltkrieg in Griechenland etabliert haben. Und das sind Massaker, ganze Dörfer. Heute leben immer noch Frauen, die ihr ganzes Leben lang schwarz tragen, weil sie dabei etliche Verwandte verloren haben. Ich will, nochmal, damit nichts rechtfertigen. Nur, diese Sensibilität muss man schon haben, wenn man über Partner in Europa spricht. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist. Und es ist auch ganz wichtig, das nicht nur aus Griechenland nach Deutschland zu hören oder aus Italien oder aus Frankreich nach Deutschland zu hören, sondern sich das in Deutschland auch nochmal klar zu machen, gerade wenn wir darüber reden, ob es einen Schuldenschnitt geben wird und wann und wie viel Deutschland dann bezahlen muss, eben zu sehen, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg trotz der Verbrechen und trotz der Massaker sehr, sehr schnell und sehr bereitwillig aufgenommen worden ist in einer europäischen Völkergemeinschaft. Das hat auch einen Grund, ja, den Schuldenschnitt. Ja, mit einer Währungsreform. Aber ich glaube, dass das eben in der Tat natürlich etwas ist, was man in Deutschland eben auch jetzt in diesem hektischen Tagesgeschäft gelegentlich vergisst, dass Deutschland selber eben sehr profitiert hat von der Großzügigkeit Europas im materiellen Sinn, vor allem aber eben im immateriellen Sinn. Ich bringe mal ein Wort rein, was Sie alle kennen, was also früher vor allen Dingen sehr häufig benutzt wurde, nämlich das Bild vom ökonomischen Riesen, aber politischen Zwerg. Jetzt ist Deutschland vielleicht ein politischer Riese innerhalb Deutschlands. Kann das sein, dass wir auf diese Führungsrolle überhaupt nicht vorbereitet sind? Ich frage Sie alle. Also ich glaube, ja, und zwar im doppelten Sinn. Also wir sind politisch gar nicht vorbereitet. Da würde ich Ihnen recht geben, nämlich in der Form, dass natürlich die Deutschen eigentlich immer gedacht haben, wir müssen uns zurückhalten, weil wir ja auch den Zweiten Weltkrieg verschuldet haben. Müssen wir jetzt mal die anderen machen lassen. Aber ich glaube auch, dass Deutschland immer noch nicht gelernt hat, dass es ein ökonomischer Riese ist. Also ich glaube, dass Deutschland sich klar machen muss, dass wenn wir hier Lohnzurückhaltung üben, nein, alle anderen dazu auch gezwungen werden. Das sehen wir ja jetzt genau an Frankreich. Deutschland hat die Löhne gesenkt, also muss Frankreich es jetzt auch tun. Das ist natürlich die Frage... Nein, 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 wirklich, Frau Herrmann, das ist jetzt das Lieblingsthema. Aber ich möchte noch mal auf unser Thema, nämlich das Psychologische. Sie sagten, die Feinfühligkeit fehlt. Da möchte ich ganz gerne hin. Wir sind nicht vorbereitet, mit der richtigen Sprache diese notwendige Führungsrolle anzunehmen. Ja, also ich glaube, wenn man jetzt noch mal auf Griechenland kommt, dann was sicher nicht gesehen wird in Deutschland ist, wie traumatisiert die Griechen eigentlich sind und auch die Portugiesen. Wobei ich glaube, dass das Trauma in Griechenland noch größer ist. Und das ist jetzt nicht nur der Zweite Weltkrieg, sondern man muss auch einfach sehen, dass die Griechen die Krise nicht am Kommen sehen. Also es war ja nicht so, dass alle gesagt haben, ja, wir verprassen jetzt hier mal die Milliarden aus Europa und dann werden wir hinterher mal gucken, was passiert. Sondern die Griechen dachten ja ganz ernsthaft, sie hätten jetzt einen Aufschwung. Und für viele Griechen war es ja auch gar nicht klar, dass es ein kreditfinanzierter Aufschwung war. Sondern viele Griechen haben ganz subjektiv das Gefühl, wieso, ich habe doch immer gearbeitet, ich habe Steuern gezahlt, ich bin nie reich geworden und jetzt soll die Schuld sein. Und ich glaube, dass man die Griechen jetzt kollektiv zum Sündenbock macht und nach dem Motto, jeder Grieche ist korrupt und jeder Grieche hat in Saus und Braus auf unsere Kosten gelebt. Das trifft die Leute natürlich ins Mark. Und es trifft natürlich auch, auch wenn man mit Italienern redet, die ja gar nicht so im Fokus stehen wie die Griechen, stellt man fest, dass sie ins Mark getroffen sind, dass jetzt ständig jemand ihnen von außen erzählt, wie man alles besser macht. Oder dass sozusagen jeder Italiener, so nehmen Sie das jetzt wahr, dass das hier das Bild sozusagen zum Mafiosi erklärt wird oder sozusagen als Berlusconi-Wähler, der sich sozusagen einen schönen Lenz machen will. Also ich würde schon ganz gerne nochmal die Frage nehmen, was ist Deutschland jetzt und ist Deutschland auf die Führungsposition vorbereitet? Ich erlebe Deutschland im Moment eben in der Tat als ein Land, das sich sehr selbstbewusst diese Führungsposition aneignet. Und das passt eben dem Rest Europas nicht besonders. Also zu fordern, ihr seid ein ökonomischer Riese, aber ihr seid ein politischer Zwerg. Das war in den 90er Jahren. Da hat man irgendwie erwartet, dass Deutschland selbstbewusst diese Aufgabe annimmt und sie auch wahrnimmt. Ich denke schon, dass Deutschland das jetzt tut. Nur die Art und Weise, wie es das tut und die Haltung Deutschlands, das passt den Partnern nicht. Und ich glaube, dass die Veränderungsschmerzen in Deutschland mindestens so groß oder so klein sind wie im Rest Europas. Wenn man Führung fordert, dann muss man Führung auch ertragen. Ich würde ergänzen und also ich stimme vollkommen zu. Ich würde auch sagen, Deutschland ist ein ökonomischer Riese, auch ein politischer Riese, außer in Militär- und Sicherheitsfragen. Weiß das auch, mindestens wissen es die Agierenden, die Bundesregierung, der Bundestag, die Abgeordneten usw., die haben in den letzten Jahren einen dramatischen Lernprozess durchgemacht. Das kann man, glaube ich, nicht, das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube sogar, wissen wir noch nicht genau, weil wir keine Wahlen hatten, aber ich glaube sogar, dass es auch die Bevölkerung weiß. Also ich glaube, wenn die Krise einen Vorteil hatte, hat sie mindestens in Deutschland, ich glaube übrigens aber sogar auch in den anderen Staaten, einen Lernprozess hervorgebracht, dass die Menschen sich darüber Gedanken machen. Erstens, wie leben wir? Wie müssen wir leben? Was für ein Wirtschaftssystem brauchen wir? Und was hat das alles mit Europa zu tun? Diese dummen Sprüche, die es früher gegeben hat in Deutschland, von Politikern sogar, sogar von Frau Merkel in einer berühmten Rede bei irgendeinem Parteitag vor eineinhalb Jahren, wo sie sagte, die anderen in Europa können auch mal ein bisschen zu arbeiten anfangen oder so, das ist doch lange vorbei. Also da ist doch heute eine große Verantwortungsbereitschaft und eine große Bereitschaft, wirklich was zu geben. Und ich erlebe das übrigens auch, Frau Herrmann, jeder hat so seine Kontakte, man kann das nicht überbewerten, aber ich habe den Eindruck, das ist auch in Griechenland, in Italien, in Frankreich, die drei Länder, kann ich ein bisschen beurteilen, es viele Menschen gibt, die eben nicht so mit, was weiß ich, mit Hakenkreuzvorstellungen über Deutschland denken, sondern sagen, ja, das ist ein tolles, erfolgreiches Wirtschaftsmodell, da schauen wir uns mal an, wie die das machen, da können wir das ein oder andere übernehmen. Also ich habe den Eindruck, da wächst was zusammen. Dank der Krise, trotzdem wäre es schöner, wir hätten sie nicht gehabt. Wir haben aber Störungsprobleme bei diesem Zusammenwachsen. Zum Beispiel, es gibt ein grundlegendes Problem, die Frage, wer bringt hier Opfer und wer gewinnt aus dieser ganzen Geschichte. Wenn Sie heute nach Griechenland gehen und den Leuten sagen, die nicht mal das Geld für die Heizung im Winter haben. Passt mal auf, wir Deutschen haben Opfer für Griechenland gebracht. Und diese Opfer waren bis jetzt mindestens kein einziger Cent als wahres Geld. Im Gegenteil, waren Gewinne. Mag sein, dass in ein paar Monaten oder in einem Jahr die ersten Verluste der deutschen Steuerzahler hinnehmen muss. Aber wir müssen so ehrlich sein, bis dahin den deutschen Steuerzahler zu sagen, bis jetzt haben wir gewonnen aus dieser Geschichte. Wenn ich zum Beispiel jeden Tag im deutschen Fernsehen, im Morgenmagazin, die erste Frage, die ich höre, was wird der deutsche Steuerzahler bezahlen für Griechenland? Was hat den deutschen Steuerzahler bis jetzt gekostet? Dann merke ich, das ist eine verlogene Diskussion, die ich hier veranstalte. Man muss schon sagen, dass der erste Schuldenschnitt natürlich Steuerausfälle gekostet hat. Ja, aber wenn zum Beispiel, sagen wir mal, in sechs Monaten oder in einem Jahr die deutsche Regierung hier kommt und sagt, naja, okay, jetzt bin ich auch bereit, weil die Bundestagswahlen schon stattgefunden haben, bin ich bereit für einen Schuldenschnitt für Griechenland. Wie soll das dann den Deutschen rechtfertigen, dass jetzt auf einmal ein Schuldenschnitt notwendig ist? Ich stehle mal jetzt ein Wort von Ulrich Beck, dem Soziologen. Der hat wunderbar formuliert, es gibt nur etwas, das schlimmer ist, als vom deutschen Geld überrollt zu werden, nämlich nicht vom deutschen Geld überrollt zu werden. Und deswegen frage ich jetzt einmal in die Runde, wir kommen nämlich jetzt zum Schluss. Kurze Antwort bitte. Leben wir in einem deutschen Europa? Frau Herrmann. Also ich glaube, wo man wirklich aufpassen muss, ist, dass man den Leuten in den Krisenländern eine Perspektive gibt. Also wenn Griechenland und Spanien eine Jugendarbeitslosigkeit von 50 Prozent haben, dann heißt das, dass diese Jugend für Europa verloren ist. Und wenn Europa die Führungsnation ist, die hier alle glauben, dass Deutschland die Führungsnation ist in Europa, dann glaube ich, muss Deutschland gucken, dass diese Art von sozialer Katastrophe vermieden wird. So, ganz kurze Antwort. Deutsches Europa, ja oder nein? Jein. Nein, wir leben in Europa. Ja. Kein deutsches Europa, aber bestimmte Prinzipien, die in Deutschland besonders erfolgreich waren, setzen sich gerade in Europa durch und das ist gut so. So, meine Damen und Herren, es ändert sich etwas. Deutschland erscheint und agiert so stark, wie es wirklich ist. Wir sind das Kraftwerk, damit fremdeln wir noch, das habe ich gelernt. Aber Europas Buchhalter zu sein, ist doch wirklich nicht etwas Schönes. Architekt ist etwas sehr viel Besseres. Wenn Ihnen noch eine Dosis Politik genehm ist, heute Abend Bericht aus Berlin. Und Günter Jauch befasst sich mit dem Gaza-Konflikt. Vielen Dank. Es war wunderbar, hier zu diskutieren. Vielen Dank an meine Gäste. So, und es geht hier weiter. Wir kommen zum Presseclub Nachgefragt auf Phoenix und im Radio WDR 5. Hier haben wir auch schon die ersten Anrufer. Herr Stehwin aus Borgheide. Ja, ich bin dran. Ja, genau. Was ist Ihre Frage? Ja, schönen Grüß erst mal an die Runde. Danke. Ich habe ein paar komplizierte Fragen für mich jedenfalls. Eine bitte dann. Ja, aber auch ein paar Anmerkungen. Ich versuche trotzdem, mich kurz zu fassen. Erstens bin ich der Meinung, dass Griechenland die Produktion, die Wirtschaft wachsen muss. Und da können die wirtschaftlich gut dastehenden Länder aus meiner Sicht Griechenland intensiv helfen, dort eine Wirtschaft, eine Produktion aufzubauen, damit das ganze Wirtschaftssystem effektiver effektiver funktioniert und dementsprechend auch die Schulden besser zurückgezahlt werden können. Das andere ist, dass Deutschland aus meiner Sicht, ich muss es mal so sagen, auch schäbig an Griechenland gehandelt hat, in dem Deutschland die Wirtschaft in Griechenland nicht unterstützt hat, sondern mehr Waffen geliefert hat, eine Brücke gebaut hat, damit der ganze Fährbetrieb stillgelegt wird und, 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 könnte ich noch weiteres aufzählen. Das Verhalten und dann heute die Reaktion finde ich schäbig. Ich glaube, Albert Einstein hat mal gesagt, ich glaube es, ich weiß nicht genau. Ein guter Politiker ist der, der die Politik macht, um das Leben der Menschen zu verbessern und nicht darum Politik macht, um wiedergewählt zu werden. Und da behaupte ich, und dazu stehe ich auch, Frau Merkel ist machtbesessen und hat keine gesellschaftliche Vision, auch nicht für Europa und auch nicht für Griechenland. Herr Steffin. Und das ist für mich, ja ich höre auf, und damit ist für mich auch ein Fakt, Frau Merkel wird von mir aus nicht mehr gewählt. Okay, das war ein Statement, das war keine Frage, vielen Dank. Vielen Dank und jetzt aber Herr Kirsch. Ja, guten Tag an die Runde. Ich habe eine Frage, woran liegt es denn, dass Griechenland so abgesagt ist? Weshalb, ich bin nicht dagegen, dass die geholfen kommen, aber weshalb geht man nicht zuerst und sammelt mal das Geld, das an Schwarzgeld im Ausland liegt, ein und dann sind wir weiter. Ja, wer will etwas zum Schwarzgeld sagen? Woran liegt es, dass Griechenland in diese Situation gekommen ist? Natürlich liegt dann Griechenland, dass Griechenland strukturelle, große strukturelle Probleme hat, die früher mal für diese Probleme niemand sich gekümmert hat. Im Gegenteil sogar, sie hat ein Wirtschaftsmodell aufgebaut nach dem Euro-Eintritt, was eher oder fast ausschließlich auf den Konsum gerichtet worden ist. Aber wir sind ja weit weiter voran. Diese Diskussion haben wir schon am Anfang der Krise gehabt. Heute stehen wir fast drei Jahre nach der Krise und wir stellen fest, dass diese Methodik und diese Maßnahmen, die wir in Griechenland eigentlich praktiziert haben, das bringt nicht die Ergebnisse, die wir gehofft haben. Wir sind in diesem Moment da, in dieser Situation, wo wir eigentlich überdenken, was wir gemacht haben und neue Vorschläge machen. Also da sind wir jetzt. Frau Lorenz, was ist Ihre Frage? Ich habe nur drei kurze. Guten Morgen. Guten Morgen. Also, wo bleibt das Geld? Zweitens, keine Kaufkraft, wenn die kleinen Leute ja kein Geld haben. Kann nicht funktionieren. Und was will Frau Merkel und Herr Schäuble eigentlich? Das war's. Okay, an die Runde. Wer möchte antworten? Ja, das Geld bleibt bei den Gläubigern. Also man gibt sozusagen die Europäische Union, sammelt Geld ein, um Griechenland zu helfen. Das Geld bleibt aber nicht in Griechenland, sondern wird sozusagen benutzt, um die Schulden der Gläubiger im Ausland zu bedienen. Und Sie haben natürlich recht, man müsste eigentlich ein Konjunkturprogramm auflegen für Griechenland, damit es in Gang kommt. Und ich glaube auch, dass Herr Schäuble und Frau Merkel langfristig wissen, dass es nicht reichend wird, nur einen Schuldenschnitt zu machen, sondern dass man auch tatsächlich noch mehr Geld in die Hand nehmen muss, um Griechenland wirklich zu helfen. Danke. Herr Schneider aus Düsseldorf. Ja, guten Tag in die Runde. Vielleicht kurz ein Vorspann, nämlich der Euro ist, soweit wir alle wissen, als politische Währung eingeführt worden mit dem Ziel, die europäische Integration zu vertiefen und zu beschleunigen. Das Gegenteil ist eingetreten. Der anfängliche Zauber der Mühen ist der Ebene gewichen. Es steht fest, man kann das Euro-Problem nicht nur mit Liquidität lösen, auch wenn sie noch so reichlich geschaffen wird. Das Hauptproblem eigentlich ist, dass Haftung und Kontrolle durch geeignete Maßnahmen ins Gleichgewicht gebracht werden müssen, damit Vertrauen wiederhergestellt wird, dass die Investoren, die privaten Investoren, wieder Vertrauen in die jeweiligen Länder haben. Ich denke da insbesondere an Griechenland und an Spanien. Die Hauptfrage, die sich mir stellt, ist, ob die Last der Anpassungsprozesse politisch vertretbar gelöst werden können oder ob eine Teiloperation in der Länderzusammensetzung des Euro dringend notwendig ist, damit das Ganze oder das, was dann übrig bleibt, gerettet werden kann. Danke. Ich denke nur mal daran, wir haben eine Währungsunion mit der früheren DDR gemacht. Das hat bisher über 1.500 Milliarden gekostet. Das waren 17 Millionen Menschen. Wir können nicht Europa allein retten. Das steht fest. Okay, Herr Schneider, vielen Dank. Und dieses qualitative Problem, das wird immer, immer ausgebildet. Herr Schneider, die Frage ist verstanden. Ich frage jetzt zu meiner Linken. Teiloperation oder politische gewaltige Anstrengung, um die Sache zusammenzuhalten? Also ich glaube, dass es nach wie vor keine tatsächlich endgültig entschiedene Frage ist, ob Griechenland im Euro bleiben kann. Das wird sich in den nächsten Jahren trotz der Versprechen und trotz der Commitments, die jetzt gegeben worden sind, noch mal ändern. Und ich glaube auch, dass der Hinweis, dass Deutschland eine Währungsunion hinter sich hat, die sehr teuer war, natürlich absolut berechtigt ist. Ich bin nur relativ sicher, dass die These, dass Europa, dass der Euro Europa nicht vorangebracht hat, sich unter Umständen, unter ganz anderen Vorzeichen eben als falsch erweisen wird. Wolfgang Schäuble sagt immer, und das mit Recht, Europa ist immer in den Krisen dramatisch vorangekommen. Nicht freiwillig, nicht weil alle das wollten, sondern weil die Krise das erfordert hat. Und wenn man die ideelle Krise anguckt, die Europa nach der deutschen Wiedervereinigung überfallen hat, in deren Zug ja dann am Ende der Euro tatsächlich eingeführt wurde, dann sieht man, dass damals Europa vorangekommen ist. Nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber wir haben heute die Einheitswährung. Und wenn man eben sieht, was jetzt möglicherweise passiert, wenn es gut läuft, und das weiß niemand, ob es gut läuft, aber wenn es gut läuft, dann werden wir am Ende eben eine deutlich stärkere politische Union haben, als wir die heute haben. Also Fortschritt ereignet sich in Europa selten freiwillig und selten aus vollem Herzen und aus europäischem Geist, sondern meistens aus der Krise. So, es sind sehr viele Fragen da, deswegen bitte ich alle wirklich ganz gezielt eine Frage zu stellen, nicht allzu viel Statement abzugeben. Frau Leusert, lassen Sie sich nicht von mir erschrecken, bitte. Nicht doch, erstmal schönen guten Tag an die Runde. Also, meine Frage ist, inwieweit ich finde, dass die Presse, Medien und auch die Politiker durch ihre Rhetorik erheblich dazu beigetragen haben, dass erstmal Griechenland zum Sündenbock gestempelt worden ist und dadurch auch notwendig Investitionen verhindert worden sind. Ich denke, wenn da ein, hätte da nicht wesentlich konkreter und auch von Frau Merkel insbesondere, schneller auch etwas gefordert werden müssen, Hilfen geleistet werden müssen. Ich finde das alles sehr zögerlich, das Verhalten, was von der Politik gekommen ist. Und wie gesagt, diese Stimmungsmache in den Medien. Ich finde auch das in ihrer Sendung verwendete Wort, so ungefähr Erpressermentalität der Griechen, finde ich ganz fürchterlich und finde ich überhaupt nicht hilfreich und auch völlig falsch. Herr Beise, sind die Medien mit daran schuld, dass es zu falschen Fronten kommt und wir die Sache dann deswegen auch falsch anpacken? Ich glaube schon. In der Summe ist das sicherlich so. Und insbesondere am Anfang der Debatte, vor zwei, drei Jahren, war es so, dass es viele hässliche Geschichten gab in den Medien, zum Teil auch von Politikern, die in den Medien transportiert wurden, speziell über Griechenland. Darüber haben wir ja auch geredet. Ich glaube, dass das aber erstens nicht alle Medien waren und zweitens die Lage sich auch massiv verbessert hat. Es kann immer noch mal passieren, dass die Bild-Zeitung wieder einen Ausraster kriegt und irgendwie eine Griechenland-feindliche Geschichte auf der ersten Seite macht. Aber ich glaube, es ist eher die Ausnahme. Also was ich vorhin sagte, ich glaube, wir haben alle in der Krise ganz viel gelernt und übrigens auch die Medien in den Schuldnerländern, die bringen auch nicht jeden Tag Merkel mit Hakenkreuzen und so weiter. Wir sind da, glaube ich, alle zusammen besser geworden und das ist auch gut und richtig so. Und ich fand auch die Debatte heute eigentlich ein Beispiel dafür, dass man natürlich auch Kritik üben können muss, auch zum Beispiel an Griechenland, an einen griechischen Gesprächspartner, aber dass es eigentlich auf einer konstruktiven Basis geschieht, finde ich. Nur ganz kurz, ich glaube nicht, dass wir von Erpressungsmentalität gesprochen haben. Wir haben von Erpressungspotenzial gesprochen und ich glaube einfach nur, wenn man sagt, man will ehrlich und aufrichtig miteinander diskutieren, dann muss man die Dinge auch so nennen, wie sie sind. Das hat, glaube ich, keinen provozierenden und keinen populistischen Charakter, sondern eben einfach, man muss sehen, wo die Positionen sind. Danke. Herr Hartmann aus Dresden. Guten Tag, schönen Tag in der Runde. Ich hätte eine Frage, kein Statement. Der nächste Schuldenschnitt wird wahrscheinlich nur ein Zwischenschritt sein. Das wird wahrscheinlich der Frau Merkel auch mal auf die Füße fallen. Inwiefern wird diese Euro-Krise die Bundestagswahl beeinflussen? Frau Herrmann, was meinen Sie? Also ich glaube, anders als Sie, dass das Frau Merkel nicht auf die Füße fallen wird, weil bisher war es immer so, dass wenn Frau Merkel dann gesagt hat, wissen Sie was, ich habe mich geirrt, jetzt müssen wir es leider doch anders machen, als ich dachte, dass das Wahlvolk ihr dann genau deswegen glaubt, weil sie eine Wende vollzieht. Also das beste Beispiel war doch der Atomausstieg. Erst wurden die Laufzeiten verlängert und dann plötzlich war der Atomausstieg da, nach Fukushima. Und das hat ihr das Wahlvolk ja auch nicht übergenommen. Und ich glaube, genau so wird es wiederkommen. Wenn sie den Leuten erklärt, wisst ihr was, wir haben uns geirrt, Griechenland braucht einen Schuldenschnitt, dann werden alle sagen, ja genau. Denn es ist auch jetzt schon so, dass jeder in Deutschland weiß, dass dieser Schuldenschnitt kommen wird, das wird niemanden überraschen. Was wahrscheinlich eher ein Problem ist, ist, dass immer wieder neue Schuldenschnitte wahrscheinlich möglichst nötig werden. Zum Beispiel würde ich ja sagen, dass auch in Portugal noch ein Schuldenschnitt kommen wird und vielleicht sogar noch in Irland. Und das dann so in eine allgemeine Ermüdung eintritt, so nach dem Motto, nicht schon wieder ein Schuldenschnitt. Herr Pollowitzer, Herr Pollowitzer aus Bad Oldeslö. Ja, guten Tag. Meine Frage möchte ich an Herrn Papa stellen. Es wurde ja schon am Tisch gesagt, der Schuldenschnitt wird kommen. Das muss jetzt nur noch politisch vollzogen werden. Sagen wir mal, er wird heute jetzt beschlossen. Wie geht es denn am Montag mit Griechenland weiter? Hat die Politik, hat ja dann genug Luft zum Atmen? Hat die griechische Politik auch genug Geld, um den Staat weiter zu führen und die stehenden Ausgaben zu tätigen? Oder bedarf es wieder neue Kredite? Naja, wenn der Schuldenschnitt heute kommt, dann glaube ich, das ist das Beste, was dieser Regierung passieren kann. Und darauf hat sie auch nicht viele Hoffnungen gesetzt, wenn ich das richtig einschätzen kann. Obwohl sie für sie eine Lebensrettung wäre. Denn es ist ja so, man wird immer wieder von Zwischenlösungen sprechen. Und heute noch spricht man von indirekten Maßnahmen oder sowas. Aber man sehnt an eine endgültige Lösung. Und da kommt die Bundeskanzlerin und sagt, nein, so eine endgültige Lösung gibt es für Griechenland nicht oder nicht nur für Griechenland, auch für andere. Wir müssen Schritt für Schritt gehen. Natürlich wird das ein mühsamer Weg sein, bis Griechenland irgendwann mal, nicht morgen oder übermorgen, aber selbst die Ökonomen sagen also bis 2020, 2022 wird dann Griechenland wieder an den Märkten kommen. Und wird das wirklich nicht, stellen Sie sich mal vor oder denken Sie mal, wie lange hat Deutschland gebraucht mit den Reformen in Ostdeutsland? Wenn man so tiefgreifende Reformen im Stadtapparat, im Rentensystem, im Versicherungssystem man durchmachen will, wie lange man braucht. Und von Griechenland hat man das innerhalb von zwei Jahren verlangt. Das geht nicht und das stellen wir jetzt fest. Danke, Herr Papas, dass Sie auch mal die Zeit als Achse da mal reingebracht haben. Herr Böhm aus Kelkheim, Sie wollen, ich glaube, Sie waren inspiriert davon, dass hier am Tisch eine kleine Kontroverse über den Krisengewinnler Deutschland dann sich entfaltete. Herr Böhm, dann stellen Sie Ihre Frage bitte. Ne, Kalimera, guten Tag. Meine Frage ist, welche Journalist, welche Journalistin traut sich mal zu, eine Gesamtübersicht zu machen, was an deutschen, Anführungszeichen, deutschen Geldern rausgeschlossen ist und was auch schon wieder zurückgekommen ist. Das heißt, es gibt in jeder Krise, ich nenne es nicht Krise, das ist ein international vereinbarter Betrug, Zulasten von Menschen und darum geht es mir hauptsächlich um Menschen, die dort unten leiden. In Frankfurt sammeln die griechische Gemeinde sowohl die orthodoxe Kirche als auch andere Sachen zusammen, damit dort Leute, die gar nichts mehr haben, noch was bekommen. Das ist ja unfassbar. Also wer von den Journalisten traut sich mal zu, eine Gesamtliste zu erstellen? Wer daran profitiert, dass Leute in Griechenland immer ärmer werden, das ganze Staatsunternehmen Ja, Herr Böhm, ich muss Sie unterbrechen, sonst kriegen Sie keine Antwort. Herr Beise, traut sich die Süddeutsche? Nein, natürlich nicht, weil das kann man in zehn Sekunden nicht machen. Ich sage nur zwei Eckposten, es wurde ja vorhin auch gesagt, Deutschland ist bisher in dieser Krise rein unter Geldgesichtspunkten Krisengewinnler, weil wir riesige Zinsvorteile haben durch die Krise. Auf der anderen Seite sind wir auch mit fast schon unvorstellbaren Summen, wenn man die EZB mit dazu nimmt, im Risiko und in der Haftung und irgendwo dazwischen, werden wir eines Tages aber nicht heute eine Rechnung aufmachen können. Okay, wir sind schon über die Sendezeit, leider. Ich würde dann, wer auch immer uns noch sieht und hört, unbedingt empfehlen, bei Phoenix zu bleiben. Da ist nämlich jetzt Jörg Schönborn im Kamingespräch mit dem ersten grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Bleiben Sie also bei Phoenix. Es war wunderbar, hier zu diskutieren. Vielen Dank für Ihre Anrufe und Tschüss.